Und so. Yeah. Really logisch. Wieso kann ich denn... Was kann ich damit machen? Robuster Stahlstab. Das funktioniert nicht. Willst du mich verarschen? Meine Batterien sind gleich leer. Die Tür ist kein Strom, um sie zu öffnen. Das ist in ihr ja eine Lücke, um sie aufzubringen. Aaaaaah. Ja, also für eine Tech-Demo ist das schon heftig. What the fuck, man. Oh. 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 Boa. Oh. Ich bin so was. Ich bin in sowas voll das Weichei. Weichei. Ist ein alter und rostiger Generator. Scheint kaputt zu sein. Keine Chance ihn zu reparieren. Nooil. Da liegt was. Was ist das? Das leuchtet. Scheint, als ob ich jetzt kein Glück mehr habe. Den Generator lief schon mehrere Jahre nicht mehr. Keine Chance ihn zu starten. Warum hab ich das nochmal gemacht? Oh, mach ich, spiele ich das im Spiel überhaupt? Warum sollte ich das wieder tun? Okay, ich brauch Benzin. Um Strom zu finden. Oh. Cola-Dose. Kumpel-Cola-Dose. Scheiße. Ja, ich glaub, der hat überhaupt nämlich keinen Strom. Oder so. Oh nein. Meine Cola-Dose. Ich bin Magic. Ich kann voll so schnell wechseln und so. Juhu. G war das. Leuchtstab. Leuchtstab. Was ist das? Batterien. Nein, was ist das? Das ist Batterien. Was ist das? Ration. Scheiß auf Essen. I. Essen. Ja, ich wollte nur sagen, hier die Tech-Demo. Was ist das denn hier? Die ist kostenlos. Äh. Äh. Au. Aua. Gibt's mal Chip online, hab ich... Au. Ja. Cola-Dose. Die Tür sieht aus, als wie alle anderen. Aber hier ist ein Steckplatz für eine Karte. Die Tür wird kein Code annehmen, wovor ich die Karte nicht habe. Egal, ich, äh, ne mein, jetzt mein. Ja, so. Das ist komisch. Oh, nee. Ich weiß, was ich nöt nehme. Stuhl. Kumpelstuhl. Nein, Kumpelbrett. Ich nimm mein Kumpelbrett mit. Tuh. Mensch. Yeah. Und wie soll ich jetzt mit Essen finden? Oh, vielleicht. Vielleicht mal. Hilfe! Ein Kanister liegt da oben, auf dem Regal. Da komm ich nicht ran. Ich... Mist. Ich muss ihn da irgendwie runterbekommen. Okay. Wenn du mal springen würdest. Ich hab' ihn runterbekommen. War das gut? Ich versteh' das nicht mit den Batterien. Was? 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 Human. Äh. Human. Dreh dich! Ah, noch Bücher. Was ist das? Wieder Dynamit. Büch. Ich hasse Bücher. Wie careful. Äh. Was ist das? Ich soll vorsichtig damit sein. Ich will ja... Alter. Mist! Hallo? So. Das Spiel ist spannend. Nö. Ja, du sollst das tun. Hey! Was machst das? Ich tu das hier rein. Ich tu das da rein. Ah. Dynamit und ne Fackel. Okay. Was ist das noch? Verdammt, das Beziehungsausglauben scheint, als ob da das Kabel fehlt. Ich muss eins finden, bevor ich das Benzin in den Notgenerator schütte. Vielleicht dieses Kabel. Das Kabel. Ja, so nun sollte es gehen. Dann muss ich jetzt die ein. Ich habe den Generator mit dem ganzen Beziehung gefüllt. Epic. Emotionen zeigend. Hoffentlich geht er an, wenn ich den Startknopf drücke. Le. Ja. Scheiße. So, jetzt nehme ich, äh, Be careful mit, so. Nee. Be careful, komm mit. Hier sind überall Be careful, cool. Ah, okay, das ist die Steckdose, wo ich nicht rein kann. Hoho. Warum habe ich das Ding noch an, wenn das Egelicht an ist? Kann ich da eigentlich runterspringen? Hilfe, warum hänge ich hier fest? Ja. Oh. Ich mach mal die Tür zu. Und die Tür zu. Ist unhöflich, Türen stehen zu lassen. So, welchen Weg geh ich nun? Da war ich grad schon. Dann muss ich nach oben. Äh. Ah, loading. Okay. Ah nee, jetzt kann ich diese Tür aufmachen. Oh nee, ich bin blöd. Ich bin grad wieder zurück gegangen. Scheiße. Hm. Hier piept es. Oh, hier leuchtet's. Licht. Oh. Hallo. Aufräumen. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Do a barrel roll. Äh. Do a barrel roll too. Do a... Do a barrel roll. Do a barrel roll. seeds Du Küchen-Dings, bla, hallo, haa, vielleicht auch, eins, neun, okay, mh, okay, naja, Strom, da der Strom wieder an ist, scheint das Pad wieder zu halten, ne, freut mich, und, saving, okay, was für ein Gestank, was ist das, ich fühle, dass ich, dass ich vorsichtig sein muss, schleichen und um Ecken lecken, ich muss um Ecken lecken, okay, ja, scheint eine gute Idee zu sein, okay, er hat gesaved, ähm, damit, sag ich, warte mal, yes, Okay, ähm, gut, dass ich einen Satz vorgelesen hab, okay, damit, sag ich, tschüss erstmal, na, ich stell mich an, sag ich jetzt mal so, ja, 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 Ich wollte euch nur erschrecken, da, okay, ähm, tschüss, Leute, bis dahin, denne, ne, warte, 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 die Maust ist so schnell, jetzt, exit, oh, ja.